Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sag mal, wie ist denn das mit dir und Eva? Ist das jetzt ein Blümchen-Bienchen-Gespräch? Ich weiß manchmal nicht, ob so zwischenmenschliche Beziehungen nicht zu anstrengend für mich sind. Manchmal lohnt es sich erst dann. Warte, was willst du von mir? Was ist denn der Wimper? Wimper wegpusten und was wünschen. Wimper wegpusten und was wünschen. Wimper wegpusten und was wünschen.